Ich bringe es heute Kunde aus dem Zillachdol, aus der Gerlas, darf ich jetzt wissen, der, der Stefan Herzog schon wieder einmal. Jetzt möchte ich einen fetten, fetten Applaus für diejenigen, die sich da reingekommen haben, da ist die Besten der Besten, Congratulations, Miris Mautizis, Erster, Zweiter und nochmal Zweiter, die sind beteiligt. Also der Zweiter Platz ist geteilt, also gleiche Weite. Also ein mega fetter Applaus für die Jump'n'Freezer in der Disziplin. Lange ist der Jump'n'Freezer in der Disziplin. Hey, vielen ganz Applaus für die Voice. Okay, dann kannst du weiter, dass die Chamber Walk ist, die sind noch warten müssen. Ich bin in einer Kategorie, Kategorie Flying Vehicles, Crash Vehicles. Ja, da geht's dir ab. Ja, am Preis. Fünfter, das Team, Ojo Tiroras Holland, sind wir da? Hallo. 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 Hallo.